Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Leistungssteigerung und wir behandeln das Thema anhand eines BMW X5. Bei der Leistungssteigerung ist es wichtig, dass man ein Fahrzeugleistungssteiger, was gesund ist. Daher eine kleine Laufleistung oder zum Beispiel ein frisches Baujahr ist keine Garantie dafür, dass das Fahrzeug technisch in Ordnung ist, denn es ist davon abhängig, wie das Fahrzeug behandelt wurde. Wurde das Fahrzeug in der Stadt gefahren, auf der Autobahn bewegt, deswegen hat man die Möglichkeit und sollte man das Fahrzeug vorher prüfen. Wir bieten eine Fernwartung an, das heißt wir schicken euch ein Kabel, über das Kabel können wir auf das Fahrzeug zugreifen, einzelne Komponenten prüfen, ihr bekommt während der Prüfung Bilder von den Ergebnissen, ihr bekommt auch eine Sprachnachricht danach, was die einzelnen Sachen zu bedeuten haben zu jeder einzelnen Prüfung und dann weiß man, was ist mit dem Fahrzeug los. Natürlich können wir über dieses Kabel auch die Leistungssteigerung programmieren, dass das Fahrzeug auch aus der Ferne Leistungsgesteigert wird und dass ihr unbedingt hierher kommen könnt. Anhand dieser ganzen Komponenten, die wir dann ausgelesen haben bzw. geprüft haben, könnt ihr natürlich auch das alles von uns prüfen lassen und das Fahrzeug auch woanders Leistung steigern, das ist alles kein Thema. Nur dadurch wisst ihr, was mit eurem Fahrzeug los ist und ob eine Leistungssteigerung Sinn macht oder ob man vorher irgendwelche Probleme löst und beseitigt. In dem Video werden wir gleich Stück für Stück zeigen, was man alles prüfen kann und welche Möglichkeiten der Prüfung es gibt. Wichtig auch bei einer Leistungssteigerung ist, dass man das Fahrzeug auf Basis einer neuen Motorsoftware optimiert. Das bringt relativ wenig, wenn wir zum Beispiel ein Fahrzeug aus 2014 haben und die Motorsoftware ist ebenfalls aus 2014 voller Fehler, ohne Verbesserung und Veränderung und man spielt einfach auf dieser 8x8-UL-Software die Modifikation der Leistungssteigerung drauf. Wir haben die Möglichkeit auch aus der Ferne mit dem Kabel das Fahrzeug abzudaten auf einen neuen Softwarestand. Der neue Softwarestand hat natürlich den Vorteil, dass die Hersteller wie BMW oder Mercedes, dass sie Fehler in ihrer Software entdeckt haben, die sie natürlich bei der Entwicklung des Autos nicht bedacht haben und sie haben diese Fehler ausgemerzt, modifiziert. Und natürlich auf diese schon perfekte Software macht es erst dann Sinn, diese Leistungssteigerung zu machen. Der Partikelfilter eines Dieselfahrzeugs ist ein sehr, sehr wichtiges Bauteil und kann auch sehr teuer werden. Der Partikel wird da selber gekostet um die zweieinhalb tausend Euro. Wenn man zu spät erkennt, dass er nicht regeneriert oder reinigt, kann auch als Folgeschaden ein Turbo kaputt gehen. Deswegen kann man mit einem BMW Tester im Vorwege prüfen, in welchem Zustand ist mein Partikelfilter. Dieses Fahrzeug hat knapp hunderttausend gelaufen und leider ist der Partikelfilter relativ voll. Man sieht hier bei verschiedenen Ist und Soll Wert vergleichen mit dem BMW Tester kann man zum Beispiel sehen, der Partikelfilter sollte einen maximalen Wert im Leerlauf haben von 35. Wir haben hier 17. Das heißt, wir haben hier eine Beladung von fast 50%. Hier sieht man die Beladung, wie es ausschaut, bei 2000 Umdrehungen. 75 ist der Maximalwert und wir haben hier 56 und das nur bei hunderttausend gelaufen. Wir haben keine Fehlermeldung. Der Kunde weiß davon nicht. Deswegen durch solche Prüfungen kann man sehen, was Sache ist und präventiv was machen, bevor es teuer wird. Bei den Partikelfiltern muss man auch einzelne Komponenten sich anschauen, wie zum Beispiel die Rußmasse des Partikelfilters und weil er das letzte Mal regeneriert hat, vor welcher Laufleistung und ob die Regeneration auch erfolgreich war. Das heißt, man sollte sich nicht nur auf die Werte des Partikelfilters verlassen, sondern man muss auch ein bisschen mitdenken, wie das ganze System halt funktioniert. So wie in diesem Fahrzeug. Man sieht halt, wir haben hier eine Rußmasse, wir haben auch Werte, wann er regeneriert hat und man kann auch schauen, ob er auch wirklich final regeneriert hat. Das AGR-Ventil sorgt dafür, dass Abgase dem Motor wieder zugeführt werden. So sieht das Teil aus. Wir haben hier einen Stempel, der fährt raus und rein und dieser Stempel verkogt. Und das kann man hier auch zum Beispiel simulieren. Man kann das aktivieren und gucken, ob das AGR vernünftig auf und zu geht. Weil wenn das AGR zum Beispiel in der falschen Position klemmt, das heißt permanent offen ist oder permanent zu, dann haben wir mehr Abgase als wir haben wollen in dem Fahrzeug. Und diese Abgase, die landen ja natürlich bei den drei Klappen von der Ansaubrücke. Und das ist natürlich nicht ideal. Eine sehr wichtige Komponente ist der AGR Kühler und der AGR Bypass. BMW hat das bei sehr, sehr vielen Fahrzeugen auch getauscht. Und das werden wir auch prüfen. Weil wenn zum Beispiel der AGR Bypass hier klemmt, wenn er nicht richtig arbeitet, dann haben wir einen falschen Ladedruck. Wenn das der Fall ist, dann zeigt uns das Fahrzeug, dass wir einen Partikelfilter haben, der kaum beladen ist. Aber die Werte sind falsch, weil wir haben zu wenig tatsächlichen Gegendruck, der einfach nicht am Partikel ankommt, weil zum Beispiel dieses Ventil klemmt. Und das kann man alles prüfen. Man prüft das, wir starten gleich die Prüfung und am Ende haben wir verschiedene Temperaturen. Und je nachdem wie die Temperaturen sind, auch im Verhältnis zueinander, davon ist halt auch das Ergebnis abhängig. Ich starte jetzt einmal die Prüfung. Ihr werdet sehen. Und am Ende sehen wir ein Ergebnis. Hier sehen wir verschiedene Temperaturen. Und diese Temperaturen müssen in einem richtigen Verhältnis zueinander sein. Das heißt, dass man das auch alles auswerten kann. Daher muss man nicht einfach nur auf die Werte gucken, sondern man muss halt auch mitdenken, wie das Ganze zusammenspielt und was die Werte halt heißen. Nur so kann man auch eine vernünftige Handlungsempfehler euch aussprechen, ob ihr ein Fahrzeug kauft oder euer eigenes Fahrzeug, was man da machen kann. Oder einfach um Probleme zu lösen. Die Injektoren oder Einspringen spritzen den Kraftstoff in den Brennraum. Natürlich haben wir die Problematik mit dem heutigen Kraftstoff. Wir haben einen Biodieselanteil. Deswegen halten leider die Injektoren nicht so lange, wenn man einen normalen Kraftstoff tankt. Würde man zum Beispiel Aral, Ultimate oder Shell V-Power tanken, dann hätte man natürlich länger was für Injektoren. Nur die meisten Fahrzeuge sind Leasingrückläufer und da wird einfach das Billigste von dem Billigen getankt. Wie auch bei diesem Fahrzeug. Wir haben 100.000 gelaufen und wir sehen zum Beispiel die Injektoren, die haben hier Werte von 1,1. Das ist nicht normal für so eine Laufleistung. Das heißt, man muss immer schauen, dass bevor es zu spät ist, man entsprechend handeln kann. Denn so ein Injektor kostet pro Stück um die 550 Euro. Bei vielen Fahrzeugen kann man nicht mehr einen Injektor tauschen. Denn BMW hat verschiedene Revisionen von Injektoren rausgebracht und die sind leider nicht miteinander kompatibel. Jeder Diesel hat drei Klappen. Das heißt, wir haben hier eine Ansauerbrücke und in der haben wir drei Klappen, die bewegen sich. Das Problem ist, durch die Abgase der AGR irgendwann verrusten die drei Klappen und fangen an zu klemmen. So wie hier zum Beispiel. Bei den neuen Fahrzeugen werden die drei Klappen elektronisch angesteuert. Bei dem alten Fahrzeug hatten wir so ein Unterdruckventil. Daher hatten alte Fahrzeuge wie E60, E90, E39. Für die war das egal, ob die drei Klappen klemmen oder nicht. Bei den neuen Fahrzeugen merkt das Fahrzeug sofort, ob die klemmen oder nicht. Und wenn die klemmen, dann wird die Regeneration des Partikäfertes unterbrochen. Und ihr bekommt davon leider nichts mit. Man kann mit dem BMW Tester prüfen, in welchem Zustand sind die drei Klappen, klemmen die oder klemmen die nicht. Wir haben hier eine Sollkurve und eine Istkurve. Ihr seht, rot ist die Sollkurve, blau ist die Istkurve. Und ihr seht, die drei Klappen in dem Fall klemmen nicht. Die Kurven liegen übereinander. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und weist darauf hin, dass die Ansauerbrücke entsprechend sauber ist. Nach der Ansauerbrücke haben wir den Motorblock, da wo die Ventile sich befinden. So sehen zum Beispiel die Ventile aus oder ihr habt hier auch ein Bild. Die Abgase, die durch die AG in den Motor eingeführt werden, bleiben nicht bei den drei Klappen hängen, beziehungsweise nicht nur da hängen, sondern auch im Motorblock selber. Daher prüfen wir jetzt die Versottung. Wir haben Volumen in verschiedenen Drehzahlen, die hat das System gespeichert und wir prüfen mit den Werten, die das Fahrzeug hat. Daher haben wir Ist- und Soll-Werte und können sehen, in welchem Zustand ist die Versottung bei diesem Fahrzeug. Das Auto wird verschieden Drehzahlen angefahren und die Werte werden entsprechend halt uns gezeigt, wie ist der Sachverhalt bei verschiedenen Drehzahlen im Vergleich zu den Soll-Werten, die man haben sollte oder was halt im schlimmsten Fall sein kann. So, hier sieht man das. Das sind die Maximalwerte unterer und oberer Maximalwert und das sind die Werte in den verschiedenen Drehzahlen. Man sieht hier im Fahrzeug hat 100.000 gelaufen und wir haben eine Versottung schon knapp bei 10. Was heißt das für uns? Das heißt, wir haben ein Volumen, wo Luft normalerweise reingehört. Aber das Volumen hat sich verkleinert. Das heißt, wir haben genauso viel Kraftstoff wie früher, aber wir haben jetzt auf einmal weniger Luftvolumen, was reinpasst, weil dort, wo es Luftvolumen sein sollte, haben wir Dreck. Dadurch haben wir eine zu fette Verbrennung. Als Folge haben wir natürlich mehr Ruß und was den Partikelfett natürlich zusetzt. Anhand der Adaptionswerte eines Automatikgetriebes kann man feststellen, wie ist der Zustand und was ist die richtige Maßnahme. Anhand der Werte sehen wir hier einmal Kupplungsfülldrücke und Schnellfüllzeiten. Die sagen uns, wie viel mehr Druck leistet ein Getriebe, um den Gang einzulegen bzw. die Kupplungszermellen zusammenzudrücken und wie viel Zeit ist dafür notwendig. Anhand dieser Werte kann man sehen, wie ist der Zustand des Getriebes und was ist die richtige Maßnahme. Reicht zum Beispiel eine Getriebespülung aus, muss zum Beispiel eine Wartung gemacht werden, wo Dichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe getauscht werden oder muss die Mechatronik zerlegt werden und die Dichtplatte muss getauscht werden. Das alles kann man anhand dieser Werte sehen und schauen, was ist die richtige Empfehlung, die richtige Maßnahme für das Automatikgetriebe. Eine sehr, sehr teure Angelegenheit kann sein, die Probleme mit Elektronik, weil so ein Fahrzeug hat natürlich sehr, sehr viele Steuergeräte und wenn so ein Steuergerät zum Beispiel nicht einsticht oder wenn zum Beispiel Steuergeräte nachgerüstet wurden, wie eine Alarmanlage oder irgendwas anderes, kann es dafür sorgen, dass das gesamte Fahrzeug nicht einsteht. Wenn das der Fall ist, hat das Fahrzeug mehr Stromverbrauch als es haben sollte und dann sucht man, wie man so sagt, die Nadel im Heuhaufen. Das kann man hier im Vorwege prüfen. Man kann eine Ruhrstromüberwachung Prüfung machen und schauen, ob das Fahrzeug in den letzten Zyklen vernünftig eingeschlafen ist. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann kann es halt sehr, sehr teuer werden, um das Problem zu finden. In dem Zuge macht es halt auch Sinn zu schauen, wie ist die Batterie beladen, ob die Beladung der Batterie vernünftig funktioniert. Denn eine Batterie kostet bei BMW relativ viel Geld. Wir liegen preislich um die 500 Euro inklusive Einbau und Kodierung. Und man muss halt natürlich auch schauen, ob die Batterie tatsächlich von der Lichtmaschine, von dem IBS Sensor vernünftig geladen wird und wie alt die ist. Hier kann man zum Beispiel sehen, in dem Fall ist das noch die erste Batterie und die wird aber auch wirklich vernünftig geladen. Wir haben fast bei 90%. Das sagt, dass die Batterie halt technisch in Ordnung ist. Wenn das Fahrzeug natürlich sehr, sehr viel die Stop & Go fährt, haben wir natürlich auch mehr Verschleiß und die Batterie geht auch schneller kaputt, weil die wird in einem Zyklus nicht vernünftig komplett geladen. In dem Fall ist alles soweit in Ordnung.